Einmal im blauen Oval des Olympiastadions laufen wie Usain Bolt. Für rund 100 Laufbegeisterte geht dieser Traum beim Fairplay-Lauf der Deutschen Olympischen Gesellschaft in Erfüllung. In 30 Minuten Laufzeit können die Sportler die Atmosphäre der historischen Anlage genießen. Jeder in seinem eigenen Tempo. Ich bin ganz langsam losgelaufen und konnte super das Tempo halten, bin nicht stehen geblieben. Ich bin jetzt zwar ein bisschen rot im Gesicht, aber mir geht es trotzdem ganz hervorragend. Ich versuche immer so 5 Minuten für einen Kilometer zu brauchen. Bestzeit natürlich. Habe ich nicht ganz geschafft heute, aber war gut. Unterstützt wird die Laufaktion vom Rotary Club Berlin-Zitadelle und von Lotto Berlin. Für Lotto-Vorstand Dr. Marion Bles ist der Startschuss zum Lauf beinahe schon Tradition. Fast so selbstverständlich wie die Förderung des Berliner Sports durch Lotto-Mittel. Von jedem Euro, der bei Lotto eingesetzt wird, gehen 20 Cent in die Lotto-Stiftung, mindestens 20 Cent. Und von dort aus geht wieder ein Viertel, also 5 Cent in den Berliner Sport. Auf diese Weise sind schon Milliarden Euro zusammengekommen. Deswegen ist es auch wichtig, dass man beim Original spielt und nicht bei Anbietern, die ohne Erlaubnis unterwegs sind, wie Lotto-Land, Lotto-Helden oder Tipp24. Die zahlen keine Steuern, keine Abgaben an den Sport. Und dass die Teilnehmerzahl aufgrund zahlreicher parallel stattfindender Sportangebote des Turnfestes etwas unter der des Vorjahres liegt, wird durch das internationale Starterfeld wieder wettgemacht. Klasse statt Masse, gewissermaßen. Ich bin 18 und ich bin eine Austauschschule aus Mexikum. Ich bin hier mit einer Firma, die heißt Rotary, Rotary International. Und ein Teil von der Firma ist ein Austauschprogramm. Und sie hat uns eingeladen, hier zu laufen. Und sie soll auch weiterhin Sportler aus aller Welt zu Bestleistungen einladen. Die traditionelle Laufbahn im Olympiastadion, die schon so viele Legenden gesehen hat. Von Jesse Owens über Carl Lewis bis zu Usain Bolt.